10. Juli 2021. Wir starten zu einer Skitour. Ausstieg von der Gondel. Die letzten Meter ohne Ski. Circa 1900 Meter schneiden wir die Ski an. Jetzt sind wir schon in einer weiten Karmulde unter dem Seiler Ursitsch. Auf knapp 2200 Meter Höhe, wo man den höchsten Punkt für heute erreicht. So, die Abfahrt aber ist gelungen. Wir gehen jetzt wieder zurück hinauf. Die letzten Meter zurück auf dem Seiler Ursitsch. Von unten sind wir gekommen, vom Rest des Kanin-Gletschers. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.